Antenne Bayern zahlt die Rechnung für Ihr neues Auto. Und es geht ganz einfach. Einfach die Rechnung schicken für Ihr bereits gekauftes Auto oder Sie suchen sich Ihr Traumauto einfach aus auf antenne.de. Und dann um 7 Uhr Antenne Bayern hören. Hören Sie Ihren Namen hier bei uns im Radio, dann sofort zurückrufen. Sie haben genau drei Songs lang Zeit. Ja, und der Johann aus Rimsting in Oberbayern hat es genauso gemacht. Er hat einen niegelnagelneuen 1er BMW gewonnen für über, das müssen Sie sich mal vorstellen, 32.000 Euro. Und mein liebenswerter Kollege, der Herr Leiker-Moser, Leiker hat den Wagen persönlich vorbeigebracht. Höchstpersönlich. Höchstpersönlich. Neben mir Manuela und Johann Huber aus Rimsting. So, wir haben es euch versprochen. Ich bringe das Auto höchstpersönlich vorbei. Einen funkel-niegelnagelneuen 1er BMW in schwarz-metallic. So hast du dir gewünscht. So habe ich es gesucht, genau. Wert über 30.000 Euro. Super. Johann, es kann sich nur noch um Sekunden handeln. Und jetzt schauen wir mal, was da kommt. Und hier ist er, euer neuer BMW 1er. Das ist echt ein Nagel, nicht? Das ist echt. Nein, jetzt sagt es nichts mehr. Nein, sprachlos. Jetzt schauen wir uns das Auto mal von innen an. Komm, jetzt nimm fertig den Schlüssel. Das ist dein Auto. Okay. Aufmachen musst du schon selber. Wahnsinn. Bitte einsteigen. So. Das ist die erste Begehung. Okay. Und. Tür zu. Und. Und jetzt? Ja. Wie schaut er aus? Wow. Das Lenkrad, he? Jeder Lenkrad, ja. Wahnsinn. Und wo fahren wir hin? Weg. Nein, Südtirol. Am Freitag. Am Freitag. Am Freitag.